Hallo und herzlich willkommen, diesmal zwar in der oder mit der FTF Garage, mit Marlon, mit mir, aber wir sind heute beim Chris. Chris ist auch selbstständig seit kurzem, also so ein, wie nennt man, Frischling. Also, es ist so, dass der Chris halt auch seit einem halben Jahr hier ein schönes Gebäude hat und macht Fahrzeugaufbereitung und ein bisschen Kfz-Service und ja, da man sich ja unter Jüngeren gerne auch mal hilft und ein bisschen push, habe ich überlegt, wir machen mit dem Chris ein Video, ich stelle ihm meine Riva zur Verfügung, jetzt habe ich mir viel verraten und der Chris soll ja einfach aufbereiten. Ist das schon viel? Nee, so viel, ich meine, mit Thumbnail sieht man es ja sowieso. Okay, dann ist es nicht viel. Auf jeden Fall, fangen wir erstmal an, ich stelle Chris vor. Chris, wie bist du, was darfst du erzählen? Ja, ich bin der Christian, bin 23 Jahre alt, bin Fahrzeugaufbereiter und ja, mit Kfz-Service eher weniger, aber Hauptgeschäft ist Fahrzeugaufbereitung, darauf habe ich mich spezialisiert und bedanke mich erstmal bei Giuliano, dass er mir den Meriva zur Verfügung gestellt hat und dass wir daraus erstmal, ja, ein schickes Auto machen. Also wenn du vergeigst, brauche ich übrigens einen Lackier. Nein, ich brauche das lieber natürlich hin. Wie gesagt, kleines Zwischenvideo, heute geht es zwar um Kfz, aber wir haben Kfz-Pflege. So, und erzähl mal Chris, mit was fängst du an? Wir fangen ja außen an in, brauchen wir nicht so viel, wenn wir rüber machen, ist das zum Glück noch einigermaßen gut, aber außen ist ja ausgeglichen. Wie kannst du mir helfen? Ich möchte wieder einen schönen Glanz haben und dass das Auto einfach, ja, ich gehe raus und sage mal, cool, der ist ja rot und nicht so weiß. Also, zuerst fangen wir an mit der Knete. Wenn wir das Fahrzeug erstmal kneten, von allen möglichen Teer und Flugrost entfernen, das wird, ja, schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Darauf achten, wenn man knetet, immer sehr nass kneten, weil sonst zieht man sich Kratzer ins Auto rein. Das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Nach dem Kneten ist auf jeden Fall sehr wichtig, muss das Auto poliert werden. Das ist ganz wichtig. Dafür haben wir, ja, ich sage jetzt mal drei Stufen. Einmal die Heavy Cut, hohen Schleifgrad, kriegt man natürlich tiefere Kratzer weg. Wenn man das dann hat, nehmen wir die Micro Cut, die hat einen geringeren Schleifgrad, aber schon einen hohen Glanz, damit das Auto schon mal schön anfängt zu glänzen. Und zu guter Letzt haben wir dann, ja, habe ich von Sonax, weil die mir am besten gefallen hat bisher. Die komplette Hochglanz ohne Schleifgrad, ja, da soll das Auto dann richtig glänzen, richtig schön scheinen schon mal. Aber, ja, kommen wir noch zu den Schwimmen? Oder wolltest du was? Nein, also ich wollte, als du siehst, Kochschlemi, ich höre ja immer, ich versuche ja auch immer ein bisschen aufzubereiten und kann es einfach nicht. Oder nicht so gut, denke ich mal. Aber Kochschlemi sagt immer was, Kochschlemi bin ich auch mehr zufrieden, benutze ich auch im Innenraum, also ist jetzt nicht ein No-Name. Aber ich hätte jetzt tatsächlich gefragt, du hast hier zwei Schwämme, du machst ja dreimal poliert, also gehst du mit deiner Maschinerung, und hast zwei Schwämme. Was bedeuten die kurz noch? Also, der gelbe Schwamm, ich sag mal, die Farben haben auch immer was zu bedeuten, es gibt auch noch andere, es gibt auch noch welche mit Lammfell, ist gut immer für Scheinwerfer, polieren. Und ja, ich benutze den gelben, das ist ein relativ harter Schwamm, der ist extra zum Schleifen da, damit, ja, die Schleifpaste wirkt darauf viel besser und zieht halt keine Hologramme rein, wenn man mit der Rotationsmaschine im Kreuzgang geht. Immer sehr wichtig, nicht einfach von links nach rechts polieren oder von oben nach unten, sondern immer von links nach rechts, von unten nach oben, damit keine Hologramme reingezogen werden. Der Experte hier. Und dann nehmen wir für den Hochglanz, nehmen wir dann einen weichen, schönen weichen Schwamm, weil sonst zieht man hiermit wieder Hologramme rein, wenn man extra den für Hochglanz nimmt. Also man muss schon sehr darauf achten, welche Schwemmung man benutzt, ja, für welche Politur und ja, deswegen habe ich die beiden ausgewählt und die werden das machen für das Auto. Und das ist für mich meine Pflege, oder? Ja, meine Pflege kommt auch dazu. Die gute Körperpflege. Ich würde sagen, ich kaufe zu Ende und wir fahren in den Riva mal rein und dann lasse ich euch mal ein bisschen alleine mit Marlon Mimkes und wünsche euch dabei viel Spaß. Wir sehen uns am Ende des Videos vorbei. Perfekt. Perfekt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020